In der nächsten Dreiviertelstunde bringen wir in Bayern 2 ein Science-Fiction-Hörspiel von Walter Knaus nach einer Kurzgeschichte von Bertram Chandler. Der Intelligenztest. Wenn es stimmt, dass außer uns Menschen im Weltall auch andere, nicht-menschliche, intelligente Wesen leben, dann könnte es leicht sein, dass man sich auf die Begegnung mit solchen nicht-menschlichen Intelligenzwesen vorbereitet. Zum Beispiel müsste man damit rechnen, dass die Verständigung nicht über Sprache und Sprechen möglich ist, weil diese anderen Wesen möglicherweise gar nicht sprechen, um sich miteinander und also auch mit den Menschen zu verständigen. Besonders wichtig könnte es also sein, dass man bei einer solchen Begegnung möglichst unmissverständlich und deutlich zu verstehen gibt, dass man über Intelligenz verfügt. Aber wie soll man das bewerkstelligen, wenn einem die Sprache dafür nicht zur Verfügung steht? Das ist das Thema dieses Hörspiels, das wir vom Süddeutschen Rundfunk übernehmen, eine Produktion aus dem Jahr 1970. Eine Raumrakete muss auf einem unbekannten Planeten notlanden. Es ist ein sehr warmer Planet, auf dem es ständig regnet. Und dann geschieht es, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, dass fremde Wesen von einem weiteren Planeten die Menschen gefangen nehmen und in einen Zoo stecken. Einen Zoo, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Soll man den fremden Wesen den Pythagoras-Satz hinlegen? Soll man durch Körbeflechten zeigen, dass man über handwerkliches Können und Intelligenz verfügt? Alles hilft nichts. Die Menschen in den Käfigen wollen beweisen, dass sie denkende Wesen und keine Tiere sind. Aber offenbar wählen sie dazu die falschen Mittel. Bis eine kleine, nichtssagende Begebenheit dem Geschehen eine überraschende Wendung gibt. Hier also der Intelligenztest von Walter Knaus nach einer Kurzgeschichte von Bertram Chandler. Regie führt Andreas Weber Schäfer. Was soll das verdammt nochmal? Was ist denn? Zum Donnerwende, wissen Sie, was das soll? Keine Ahnung. Was ist denn das für eine Idiob? Beruht, dass was gegen Klicklinge? Ruhe, meine Herrschaften, kein Grund zur Aufregung. Sagen Sie? Wenn es sich kein Unsinn macht, wir sind erwachsene Menschen. Alarm, das ist Alarm! Doch, kein Alarm, da sollen Sie erst mal erleben, was Alarm ist. Alarm, Hilfe, Alarm! Was ist denn? Nur die Ruhe. Was? Was sagen Sie? Lasst mich los! Alarm! 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 Immer, immer. Immer, immer해요! Alarm! Alarm! Achtung, Achtung, Kapitän an alle! Kapitän an alle! Mannschaft und Passagiere des Raumschips Polarstern versammeln sich in zehn Minuten. Das ist 16 Uhr galaktischer Zeit. In der Offiziersmesse auf Deck 10. Folgen Sie den roten Leitstreifen. Ich wiederhole, 16 Uhr galaktischer Zeit. Offiziersmesse Deck 10. Roter Leitstreifen. Ich bitte um Ruhe. Ruhe, der Käpt'n spricht. Ruhe! Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen eine ernste Mitteilung zu machen. Vorweg möchte ich betonen, dass keine unmittelbare Gefahr für Schiff und Mannschaft besteht. Also doch Gefahr. Wir wollen Aufklärung. Sie hören doch, ich bin gerade dabei. Rehensarben nutzen uns nichts. Verantwortungslos. Verantwortungslos. Ruhe, verdammt noch mal. Ruhe. Wir lassen uns nicht mundtot machen. Aufklärung. Wir wollen Aufklärung. Wir wollen Aufklärung. Ruhe, hören Sie doch erst einmal, was der Käpt'n zu sagen hat. Also benehmen Sie sie nicht wie die Tiere. Ruhe. Wenn nun endlich Ruhe herrscht, spreche ich weiter. Er ist los. Aufhören. Er ist doch. Ruhe. Also, ich fasse mich kurz. Sie wissen, dass unser Schiff den Weltraum mit Überlichtsprüngen durchquert. Die dafür benötigte ungeheure Energie liefern unsere Herkenroth-Generatoren. Während der Überlichtsprünge hat kein Mensch die Möglichkeit, diesen Vorgang zu steuern oder auch nur zu kontrollieren. Sie verstehen, wir alle verbringen den Moment des Sprungs oder die Jahrtausende des Sprungs, wie Sie wollen. Zeit existiert dabei nicht. Ohne Bewusstsein. Überwacht wird der Sprung deshalb durch elektronische Regulatoren. Beim letzten Sprung, der uns endlich in die Nähe unseres Zielgebietes die Planeten der Sonne Gamma-Küngli heranbringen sollte, sind diese Regulatoren aus vorläufig nur ungeklärter Ursache zusammengebrochen. Der unkontrollierte Sprung hat die Polarstern von der regulären Route abgebracht. Umkehren! Es muss doch möglich sein, den Sprung rückwärts zu wiederholen. Umkehren! 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 Ein einfaches Umkehren ist nicht möglich. Es muss möglich sein. Reden Sie nicht, Mann, denken Sie, denn wir haben im Augenblick keine Ahnung, in welchem Teil der Galaxis wir uns befinden. Schöne Bescheherung. Wir müssen unsere neue Position feststellen. Das heißt, wir müssen Funkkontakt mit der Erde aufnehmen und notfalls Hilfe herbeirufen. Das kann Monate dauern. Wir können nicht so lange aufs Gardewohl im All herumkreuzen. Unsere Vorräte an Luft, Wasser, Nahrung sind groß, aber begrenzt. Einzige Möglichkeit, Land. Dicht vor uns ist eine Sonne der Spektralklasse G, die der unserer Sonne entspricht. Sie hat offenbar mehrere Planeten. Wir steuern diese an und prüfen, ob einer davon für uns geeignet ist. Wenn ja, landen wir. Errichten eine Basis, wo wir über Ultrafunk Kontakt zur Erde aufnehmen und um Hilfe bitten können. Irgendwelche Einwände? Mr. Clements? Nein, Ketten. Gut. Also dann. Alles auf Kommandostation. Fertigmachen zur Landung. Alles auf Kommandostation. Fertigmachen zur Landung. Fertig, mein Herr Käpt'n. War eine glatte Landung. Hat er ja schließlich gelernt. Wenn Sie mich fragen, ich finde ihn großartig. Ach nee. Haben Sie schon auf den Bildschirm geguckt, was der für einen idyllischen Planeten für uns ausgesucht hat? Na, viel auszusuchen gab's da wohl nicht. Regen. Pausenlos. Dreimal haben wir das Ding umkreuzt. Keine Lücke in den Wolken. Alles trieft von Wasser. Außerdem sehen Sie sich nur mal das Außenthermometer an. Fast 48 Grad Celsius. Und das um den ganzen Globus rum. Möchten Sie wirklich in der Kreuzung von Waschküche und Treibhaus lösen? Na, es wird ja nicht ewig dauern. Wir können ja im Schiff bleiben. Wer weiß, was es da draußen für Gefahren gibt. Verdammt, was ist das schon wieder? Kapitän an alle. Nächste Alarmstufe. Atormeiler der Herkenortgeneratoren ist außer Kontrolle geraten. Explosionsgefahr. Instandsetzungstrupp sofort auf Kommandostationen. Alle Passagiere und restliche Mannschaften verlassen sofort das Schiff durch die nächstgelegene Schleuse. Sofort. Sie haben keine Zeit mehr, ihr Gepäck zu holen. Beeilen Sie sich. Explosionsgefahr. Setzen Sie sich möglichst weit vom Schiff ab. Obermatt Horkins übernimmt das Kommando. Obermatt Horkins übernimmt das Kommando. Verdammter Mist. Dieser eilige Regen. Seien Sie nicht undankbar. Wenigstens sind wir davon gekommen. Den Käpt'n hat es bei der Explosion erwischt. Ihre Belehrung brauche ich nicht. Merken Sie sich das. Aber Mr. Clemens. Stimmt doch. Eine schöne Rettung, das. Unter einer warmen Dauerbrause zu sitzen. Ohne Gepäck. Ohne Verpflegung. Ohne ein Dach überm Kopf. Ich hab nicht meine Zahnwürste mit. Ach was, Zahnwürste? Streichhölzer. Das wär's, was wir brauchen. Und was wollen Sie denn kochen, Mensch? Ach, ob das mal aufhört zu regnen. Dr. Bollmann, nein. Das sei so eine Art Klima, wie bei uns zur Steinkohlenzeit. Keine Jahreszeiten. Ewiger Sommer mit Dauerregen. Mahlzeit. Da sollen wir wohl nasse Briketts fressen. Verflucht, ich hab Hunger. Meinen Sie wir nicht? Übrigens, morgen früh ist eine Ratsversammlung. Ratsversammlung? Was für ein Rat. Vielmehr eine Generalversammlung aller Geretteten. Die wollen einen Rat wählen, der die Leitung der Kolonie übernimmt. Kolonie ist gut. Sagen Sie mal, was fressen Sie da dauernd? Da. An den Farnbäumen. Überall. Die dicken braunen Pilze. Schminken ganz gut. Meinen Sie, wir sind wirklich essbar? Das wär nicht schlecht. Probieren Sie doch. Halt, Vorsicht, Miss Hart. Warten Sie erst, ab ob der junge Naturforscher morgen noch lebt. Wäre ja immerhin denkbar, dass es ihn zerreißt. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und nehme die Wahl zum Ratsvorsitzenden an. Inzwischen ist ja auch unsere größte Sorge behoben. Unser Kadett Zennet hat durch seinen Mut... Durch seinen Leichtsinn. Ja, durch seinen mutigen Leichtsinn bewiesen, dass wir hier nicht zu verhungern brauchen. Diese Pilze sind essbar, saftig, wohlschmeckend sogar und allem Anschein nach auch nahhaft. Der ewige Regen ist lästig, auch die Hitze. Aber ich glaube, dass es hier warm ist, ist unsere Chance. Ich möchte Mr. Hawkins etwas fragen. Ja, bitte, bitte. Wie stehen unsere Chancen, dass man uns endlich findet und rettet? Mr. Hawkins, bitte beantworten Sie Miss Taylors Frage, wenn möglich. Ja, unsere Chancen dafür sind leider sehr gering. Das lässt sich nicht leugnen. Wie Sie gehört haben werden, ist während der interstellaren Fahrt keine Verständigung mit anderen Schiffen oder Planetenstationen möglich. Als wir die Fahrt stoppten und zur Landung ansetzten, sandten wir einen Notruf aus. Aber wir konnten nicht sagen, wo wir uns befanden. Außerdem wissen wir nicht einmal, ob der Ruf aufgefangen wurde. Naja, natürlich ist es nicht so. Wir hätten hier nach der Landung einen starken Notsender bauen müssen. Aber nach der Explosion? Machen wir uns also nichts vor. Eine Rettung von der Erde aus wäre reiner Zufall. Ja, danke, Mr. Hawkins. Bitte, Sie haben es alle gehört. Wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass dieser Planet hier unsere Heimat werden wird. Das ist doch nicht Ihr Ernst, Doc. Ich protestiere. Das ist mein völliger Ernst, Miss Taylor. Und Sie, Mr. Clemens, müssen Ihren Protest an höherer Stelle vorbringen. Der Rat ist dafür nicht zuständig. Die schöne Schweinerei. Wir dürfen uns nicht selbst aufgeben, meine Damen und Herren. Wir sind über 50 Menschen. Bei richtiger Organisation und einiger Findigkeit sollte es uns doch möglich sein, hier zu überleben. Als Nahrung haben wir fürs Erste diese Pilze. Und unter den Fahnen habe ich einige Bierensteuze entdeckt. Wir werden sie prüfen. Es muss auch essbare Wurzeln geben. Und danach müssen wir suchen. Drüben am Fluss habe ich Fische gesehen. Große und kleine. Jetzt muss uns nur noch ein Pelz wachsen. Nackt sind wir schon. Sogar das Lederzeug hat kaum ein halbes Jahr durchgehalten. Ach, was alles fault und schimmelt. Einfach so weg in dem Klima. Schön sehen wir aus. Ja. Ja, das ist der Rest. Umso besser, Mary. Weg mit der Briefmarke. Ihnen steht das. Lassen Sie Mary in Ruhe. Was? Was war das? Na, meine Herren, wer ist der Stärkere? Mary, schämen Sie sich. Nimm dich da in Acht, du. Für sie bin ich immer noch Mr. Fennett. Das bist du für mich. Das. Hilfe. Zur Hilfe. Wir nennen sich nur die Ziere. Ich schübe. Meine Hunde. Meine Hunde. Hilfe. Was ist da los? Hilfe, Mr. Hawking. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ja. Ich komme. Hierher. Lassen Sie doch los, Sie Unländchen. Das schlägt sich doch nicht um eine Frau. Lassen Sie sich ja nicht, Miss Taylor. Finger weg. Auseinander. Sofort auseinander. Doc, Doc. Ich bin schon da. Lassen Sie los, Clemmer. Sagen Sie mal Ihrem jungen Mann da. Scheiß Kadett. Fennett. Fennett, hören Sie auf. Sie sollen aufhören. Warum denn aufhören? Schämen sollten Sie sich. Nein, wie schalte Jungfrau. Sie. Sie Person. So, Person. Ja. Komm, meine Person. Ah, alte Ziege. Dreckstück. Wutte. Fennett, Clemens. Na, endlich. Sind Sie denn völlig verrückt geworden? Miss Hart. Miss Taylor. Sie hat angefangen. Ach, das interessiert uns doch nicht. Sie sollen jetzt so... Was sollen Sie eigentlich? Halten Sie endlich den Mund. Alle beide. Tja, Herrschaften. Schön sehen wir aus. Soll das so weitergehen? Mord und Totschlag? Fennett, sausen Sie los. In einer Stunde Vollversammlung vor meiner Hütte. Und ich bitte mir aus, dass niemand fehlt. Freunde, das ist eine Sache von Überleben oder Untergang. Entweder wir können so weitermachen und uns allmählich selbst ausrotten. Oder wir können eine Form finden, um die anscheinend unvermeidbaren Rivalitäten geordnet auszutragen. Das allein wäre menschenwürdig. Was aber tun wir? Wir fallen erschreckend schnell ins Tierreich zurück. Womit ich nebenbei gesagt den Tieren Unrecht tue. Denn die haben ja ihre Regeln und Gesetze. Ja, das ist wahr. Die ganze Zeit von uns klagen, dass wir keine Kleidung mehr haben. Kein Werkzeug, kein Licht, kein Feuer. Und Sie sagen, das Entmenschliche uns mag sein. Aber vielmehr entmenschlicht uns diese neue Barbarei, die sich unter uns ausbreitet. Wir werden Nachkommen haben und denen schulden wir eine menschliche Welt. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir das anfangen sollen. Gewiss, wir werden Ihnen die Sprache übermitteln. Lassen wir die Sprache erst einmal aus dem Spiel, Doktor. Reden wir darüber, ob wir überhaupt Nachkommen haben werden. Es sind 53 Menschen hier, darunter 10 Ehepaare. Die können wir beiseite lassen. Bleiben 33 Menschen, von denen sind 20 Männer. 20 Männer für 13 Frauen. Die Frauen sind zwar nicht mehr alle jung, aber keine ist zu alt, um Kinder zu bekommen. Was für ein System der Paarbildung haben Sie sich vorgestellt? Monogamie? Vielmännerei? Natürlich Monogamie. Monogamie. Ich muss Sie warnen. Wenn wir uns darauf einigen, gibt es sicher Ärger. Und bei jedem Mord, der aus Leidenschaft und Eifersucht begangen wird, ist die Frau genauso bedroht wie die beiden Männer. Ja, aber worauf wollen Sie hinaus, Miss Hart? Ganz einfach, Doktor. Lassen wir die Liebe völlig aus dem Spiel. Wenn zwei Männer eine und dieselbe Frau heiraten möchten, dann müssen sie das unter sich durch Zweikampf ausmachen. Der beste Mann bekommt immer das Mädchen und behält es. Ja, natürliche Auslese. Die Regel des Tierreiches. Tja, es ist eigentlich gar nicht so schlecht in unserer Lage. Darüber sollten wir abstimmen. Wer ist dafür? Ja, ich auch. Alles? Ja, ich auch. Gegenspimmen? Keine? Erstaunlich. Also, angenommen. Äh, Mr. Clemens? Ja? Kadezenet, hier. Sind Sie bereit, sich morgen früh in fairem Kampf um Miss Mary Hart zu bewerben? Natürlich. Von mir aus. Mr. Hawkins, Sie bereiten bitte den Kampfplatz vor. Oben auf der Hügelkuppe, wo kein Unterholz ist. Das ist so eine Art Arena. Tja. Miss Hart, mein Herren, auf morgen früh. Der Kampfplatz ist gerichtet. Miss Hart, bitte verlassen Sie jetzt den Ring. Ja, ja, ist ja schon gut. Schließlich bin ich ja die Hauptsache. Ja, das kann sein, aber bitte machen Sie jetzt den Ring frei. Anfangen! 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 Warum geht es nicht los? Anfangen! Die Zeugen bitte. Miss Taylor. Sie wird es ja wohl noch ein paar Minuten ohne Mann aushalten, unsere Miss Hart. Haha. Alte neidische Pup. Bill Jenkinson, Zeuge für die Männer. Patricia Taylor, Zeuge für die Frauen. Obermann Hawkins, Raumschiff Polarstern als Unparteiischer. Die militärische Tour können Sie sich sparen. Raumschiff Polarstern ist futsch. James Boyle, Schiedsrichter. Nur nicht so feierlich. Geht's nur endlich los. Sie werden's abwerfen, Clemens. Alles muss eine Form haben. Ach, was Form? Ich schlag den Kerl zusammen. Denken Sie, Clemens. Ich bitte um Ruhe. Das hier ist kein Hahnenkampf und keine Hirschwunst. Sie sind doch Menschen. Zivilisierte Wesen. Wir wollen Kampf, aber Fährenkampf. Wir wollen Regel, Ordnung, Vernunft. Wir wollen Kampf. Gut, Kampf, aber ein Duell. Keine Beißerei. Mary wird das Wurst sein. Was, Mary? Und ab, Jungs. Hauptsache, du hast einen. Doc, Sie sollten bald das Zeichen holen. Das wird immer schlimmer. Mr. Clemens, sind Sie bereit? Längst, geben Sie endlich das Zeichen. Kadett Fennet, sind Sie bereit? Bereit. An die Plätze. Wenn wir wetten könnten, würde ich auf Clemens tippen. Ihr Kadett hat keine Chance gegen ihn. Er hat gelernt, sauber zu kämpfen. Clemens aber kennt alle schmutzigen Tricks. Ruhe, wir fangen an. Ich bitte um einen fairen Kampf. Der Bessere soll gewinnen. Ja, nur, es macht schon. Wollt ihr mich etwa nicht? Wenn ihr noch lange so dasteht, kriegt ihr nie eine Frau. Sie warten auf deine Töchter, Verdi. Falls ich so je welche kriege. Achtung! Lust! Lust! Warum schweckt ihr nicht zu? Sie haben sich die Knöchel aufzuschlagen. Schließlich haben sie ja keine Handschuhe. Komm her. Verdammt, ausgerutscht. Halt! Halt! Er ist ausgerutscht. Clemens, hören Sie auf. Das ist nicht erlaubt. Halten Sie sich nur raus, Doktor. Clemens, die Finger von seinen Augen. Zurück. Zurück. Das ist ein Hubschrauber. Das ist ein Hubschrauber. Verdammt, was ist das? Was sollen die? Das schlägt ja. Das Netz lebt. Das lebt. Ich kann mich nicht rühren. Ich will nicht. Ich will nicht. Nein, nein, nein. Bleibt alle zurück. Verteilt euch. Ihr könnt uns nicht retten. Die haben uns. Was wird jetzt? Was wird denn jetzt? Stehen Sie genau. Habt ihr Luftwurst? Wie lange fahren wir schon in diesem Ding? Keine Ahnung. Man müsste wissen, wie lange Sie uns unter Narkose gehalten haben. Nach der Hubschrauberlandung. Eine Unverschämtheit. Uns einfach in Täfige zu stecken wie die Viecher. Wieso kümmert sich keiner um uns? Ach, was wollen Sie? Wir haben zu trinken. Wir haben Streu. Wir haben Essen. Diese Scheißpilze von unserem Planeten. Auf die könnte ich verzichten. Mensch, mal wieder ein richtiges Steak. Der kam aber von Erzen. Sagt Ihnen das was, Harkins? Was sagt mir was? Das Geräusch des Antriebs. Mir scheint, das klingt nicht viel anders als unser Polarstern. Ja, denke ich schon die ganze Zeit. Ich ja? Typischer Klang der Herdenroth-Generatoren. Überhaupt. Wenn ich mir alles überlege, der Hubschrauber, der Schiffsantrieb, die Metallwand da, das Gitter, die Lampen, die S-Näpfe, das Ding ist kaum fortschrittlicher als unsere eigenen interstellaren Schiffe. Was schließen Sie daraus? Gleiche Zivilisationsstufe. Also müsste eine Verständigung möglich sein. Tja, wollen wir es hoffen. Was meinen Sie, machen die mit uns? Was werden sie machen? Bringen uns zu ihrer Welt, nehme ich an. Ich habe Angst. Ob das Menschen sind? Attraktive Männer womöglich. Was, Mary? Ach. Es wäre doch völlig unlogisch anzunehmen, dass Vernunft nur in menschenartigen Geschöpfen existieren kann. Schließlich ist es doch ein reiner Zufall der Evolution, dass auf der Erde ausgerechnet ein Affe Intelligenz entwickelt hat. Nein, nein, nein. Wir müssen uns auf allerhand Überraschungen gefasst machen, glaube ich. Intelligenz ist Intelligenz. Die werden uns verhören und dann ist es ihnen klar, was wir sind. Dann werden sie sagen, sorry, Irrtum, trinken Sie einen Schnaps mit uns. Klarer Fall. Ihren Optimismus möchte ich haben. Naja, natürlich werden Sie uns nicht sofort verstehen können. Das kann Schwierigkeiten geben. Ich meine, Übersetzungsschwierigkeiten. Wir müssen einen Sprecher wählen. Ja, natürlich. Sehr ehrenvoll. Danke, nur zu welcher Sprache? Raten Sie mir Esperanto oder Lateinisch? Hindustanisch? Verdammt. Tja. Wissen Sie denn, ob diese Wesen überhaupt eine Sprache kennen? Es könnte ja sein, dass sie sich telepathisch verständigen. Still. Da kommt was. Seht euch das mal. Schrecklich. Das sind ja lebende Bierfässer, das. Wo haben die denn ihr Gesicht? Also gut, ich werde sie ansprechen. Ja, sprechen Sie für uns. Haben Sie gefressen? Glaub nicht. Werden schon noch. Hören Sie. Vielleicht zu heiß. Zum ersten Mal, seit der Kosmos existiert. Müssen saufen. Los. Stehen denkende Wesen einander gegenüber. Oh, ein großer Moment. Guck mal, die haben ihre Streu gar nicht beschissen. Haben ihren Haufen in die Ecke gemacht. Ein unvergleichlicher Moment. Brüder, wir bieten euch die Hand. Was bellt das Ding denn an Bauer? Wir werden uns verstehen. Wahrscheinlich hat's Angst oder Hunger. Wenn doch genug von den komischen Pilzen da. Der Geist, der Geist, der weit über allen Bedingtheiten des Animalischen steht, der Intellekt, diese unhemmbare, unzerstörbare Kraft. Ziemlich dummes Viehzeug, das. Immer nur das gleiche Gebell. Ja, stumpfsinnige Büster. Er ist es. Der uns allem Trennenden und aller Fremdheit zum Trotz zu Brüdern macht. Komm, blöde Viecher, langweil mich. Gehen Sie nicht. Gehen Sie doch nicht. Hören Sie nicht doch. Hören Sie doch. Wir denken. Ja? Wir denken. Wir sind Menschen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Fehlanzeige. Aber wie ist das möglich? Die wissen offenbar nicht, wie man Gäste behandelt. Das werde ich denen schon beibringen. Ein Mensch ist schließlich kein Vieh. Bestien sind das. Bestien. Die legen wir rein, da bin ich ganz sicher. Lass uns erst mal auf denen in ihrem Planeten landen. Ehrenwort, die legen wir rein. Eine Hitze in dem Glaskasten. Und diese Regen. Dabei ist draußen das schönste Wetter und die machen uns hier künstlichen Regen. Vielleicht, weil Sie annehmen, wir brauchen das. Schließlich war so das Klima auf dem Planeten, wo Sie uns gefangen haben. Aber das war doch nicht unser Planet. Woher sollen die das wissen? Stimmt. Mist, Planet Verfluchter. Ich hätte ja gar nicht was davon gesehen auf dem Transport hierher. Und von der Stadt. Warum zeigen die uns nichts? Würden Sie Ihrem Hund Italien zeigen? Oder denken Sie, dass ein Zoodirektor seine Löwen durch die Stadt spazieren führt? Sie haben recht, Doc. Das hier ist ein Zoo, lauter Käfige. Da drüben das Biest sieht aus wie eine Art Hummer. Und dort vorn die wolligen blauen Kugeln... Wir haben es besser. Wir sind wenigstens nicht in einzelne Käfige gesperrt. Das ist für Sie wohl das Schlimmste, Miss Hart. Aber für Sie nicht, meine Herren. Drum. Wie drum? Die halten uns getrennt, weil sie noch nicht wissen, wer Männchen und wer Weibchen ist. Na, hören Sie. Finden Sie, das liegt zu fern? Na, ich bin jedenfalls kein Männchen. Das sehen wir, Miss Hart. Aber die müssen es vermutlich erst genau untersuchen. Und das kann ernst werden. Nein. Ich lasse mich nicht von denen anfassen. Das sind doch Monster. Hoffentlich irre ich mich. Den da. Gut. Nein. Nein. Weg mit dem. Das können Sie doch nicht. Stopp. Wenn. Oh, den selten Sie doch. Au, auf. Lähme mich. Hilfe. Hilfe. Ich weiß nicht. Ich kann 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 nicht. Ich bin da. Du bist auch frei. Ja, gut. Ich fürchte, wir sehen Sie nicht wieder. Hallo. Hallo, hört ihr mich? Ja, Miss Hart, wir hören. Was ist mit den beiden? Wissen wir nicht. Ob sie denen was getan haben? Ausgeschlossen. Glauben wir nicht. Glaubt ihr wirklich? Reden Sie mit ihr, Doc. Hallo, Mary. Sie können ganz beruhigt sein. Das stimmt doch. Aber ja, ganz bestimmt. Es hat ja keinen Zweck, sie zu beruhigen, sonst dreht sie ganz durch. Warum sie Mary immer noch getrennt halten? Jetzt werden sie ja wohl wissen, wer von uns Männchen oder Weibchen ist. Das ist mein Torch. Wie untersucht man denn bei uns Tiere? Schon mal was von WeBiSektion gehört? Arme Miss Taylor. Nur kann man leider durch WeBiSektion nicht die Intelligenz feststellen. Diese Bestien, diese verdammten Bestien, die bringen uns alle um. Das glaube ich nicht. Jetzt wissen Sie, was Sie wissen wollten. Wir sind doch seltene Ausstellungsstücke. Die macht man nicht einfach alle kaputt. Das Problem wäre, diese Wesen, wie Sie sie nennen, Hawkins, dürfen uns überzeugen, dass wir intelligente Wesen sind wie Sie. Naja, wie würden Sie ein rational denkendes Wesen definieren? Woran würden Sie es erkennen? Jemand, der den Lehrsatz des Pythagoras kennt zum Beispiel. Der ist für mich ein intelligentes Wesen. Na, dann sagen Sie mal den beiden da vorne Ihren Lehrsatz auf. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Aha. Ja, Gesächtigung der Raubtiere. Sieh mal an, groß ist so ein kleines Bierfass aus blauem Gummi mit Fransen. Sechs Arme. Oder nennt man das Tentakel? Womöglich Vater und Sohn. Guck nicht so blöd, Monster! Interessant, was es für Ungeheuer im All gibt. Weißt du, was du für Augen hast im Scheu-Saal? Wie Tassen mit trüber Hühnerbrühe. Wohl Jungauge. Hässlich. Ich mag gar nicht hinsehen. Wenn wir wenigstens so ähnlich aussehen wie wir, dann könnten wir etwas unternehmen, damit Sie merken, dass wir auch... Aber Sie sehen uns nicht ähnlich. Und wir, wäre die Situation umgekehrt, wir würden auch nicht auf die Vermutung kommen, dass zwei sechsbeinige Riesenbierfässer Vater und Sohn sind. Versuch's doch mal mit dem Pythagoras. Naja, hilft nix, schadet nix. Aber wie? Nimm die Farnblätter. Gut, das kommt gegen. Wie mal, da reißt das Blätter ab. Fräustest du? Oder ob es ein Nest baut? So. Passt auf, ihr Kryptos. Das. Und das hier. Und das. Das ist ein Dreieck. Dreieck. Dreieck, blöde Hunde. Das. Das ist die Hyperdenuse. Das ist die eine Kathete. Und das hier, das ist die andere Kathete. Wie geht's los damit? Und das ist das Quadrat über der Hyperdenuse. Begreifst du das? Du Idiot. Und das, das ist das zweite Quadrat. Und das. Komm. Die sind langweilig. Da drüben ist noch eins. Das wird das Weibchen sein. Und was jetzt mit Pythagoras ist, ist es anscheinend essig. Mist. Keine Reaktion. Nicht die geringste Äußerung. Nein, es war nichts zu hören. Die können nicht reden. Das müssen Telepaten sein. Wie sollen wir uns da verständlich machen? Ich hab mal irgendwo was gelesen, dass der Mensch das feuermachende Tier ist. Das werkzeugbenutzende Tier. Ja, dann machen Sie doch Feuer. Dann machen Sie sich Werkzeuge und benutzen Sie sie. Kunststück. Wir haben ja nichts bei uns. Nichts. Kein Material. Nicht mal einen falschen Zahn oder eine Metallfüllung. Und im Käfig dann nichts als die Pilze und die drei kleinen Farnbäume. Damit machen Sie mal Werkzeuge. Und der Regen. Da machen Sie mal Feuer. Formbäume. Moment mal. Mach mal, die brennen doch nicht. Die sind doch klitschnass. Ich meine, wir könnten Sie auf unsere Intelligenz aufmerksam machen, indem wir aus den Farn Körbe flechten. Die Technik bringe ich Ihnen bei. Ja. Ja, das könnte funktionieren. Das müssen wir begreifen. Und wenn wir Tag und Nacht Körbe flechten. Gut, Hockwins. Zeigen Sie uns, wie man das macht, Körbe flechten. Ach, ich gebe es auf. Die kümmern sich doch überhaupt nicht drum. Da können wir flechten bis in alle Ewigkeit. Das war jetzt mein fünfter Korb seit vorgestern. Auch für die Katz. Was meinen Sie, Doc? Ja, ich meine, Hockwins Plan ist die einzige Chance, die wir haben. Wir dürfen nicht aufgeben. Flechten Sie weiter, Kadett. Ich denke nicht dran. Wir sind hier nicht an Bord und Sie haben keine Befehlsgewalt. Sie sind ein Tier und ich bin ein Tier. Wir waren Tiere und wir bleiben Tiere und wir werden Tiere sein. Komm, Joe. Komm. Komm, komm. Kadett Fennett! Lassen Sie ihn doch, Hockwins. Für mehr als zwei Körbe reicht es doch nicht mehr. Dann haben wir auch den dritten Baum restlos zerrupft. Komm. Komm. Da springst du jetzt drüber. Ja? Hopp. Und? Hopp. Hopp. Fennett, Sie machen mich verrückt mit dieser albernen Froschmaus oder was das da ist. Lagen Sie sie weg. Das ist kein Frosch und keine Maus, das ist Joe. Und ich werde ihn zählen. Komm, Joe. Mach Männchen. Krieg so feines Bildchen. So. So, brav. Da hast du. Hey, was macht ihr denn da die ganze Zeit? Wir flechten Körbe. Wir flechten was? Körbe! See, tut sie weg. Tut sie weg. Da kommen Männchen. Umso besser, Mary. Sollen Sie doch. Kommt Sie her, Kadett. Flechten Sie mit. Machen Sie nicht den ganzen Einbruch kaputt. Na ja. Gut. Sieh mal an. Nestbau, was? Ob die jetzt Brunschzeit haben? Aha, aha. Das gibt zu denken. Werde ich dem Chef melden. Komm mit. Ob die was gehört haben? Hoffentlich. Lass ich gleich zeigen. Schief gegangen, was? Oder was meint ihr? Schief gegangen, natürlich. Komm, Joe. Komm. Mach Männchen. Ja, ich glaube auch. Schief gegangen. Komm, Joe. Komm, Joe. Komm. Mach Männchen. So müssen Sie machen mit dem Zeigefinger. Das versteht er. Ach ja, ja, klar. Joe, pass auf. So, so, ja, so, so. Ja, komm. Ich wundere mich über Sie, Doc. Haben Sie auch aufgegeben? Ach, was wollen Sie denn? Jetzt haben wir 219 nutzlose Grabe hier rumstehen. Aber zu hoffen gibt es doch nichts mehr. Ja, verflucht. Sie haben recht. Ja, leider. Komm, Joe. Komm, Joe. Komm, komm. Komm zu mir. Joe, so. Hier, komm. Wieder, komm zu mir. Komm, Sieger. Joe, du stinkender Verräter. So, kannst Sie loslassen. Los, Party. Das ist hart. Mary. Ja, da bin ich wieder. Ach, endlich. Ja, wieso? Das verstehe ich nicht. Ob Sie Eier legen, glaube ich nicht. Keine Ahnung. Auf einmal backen Sie ganz aufgeregt auf meinem Käfig zu und warfen ihr Netz. Versuchte mich festzupraten, aber ihr wisst ja, wie diese Netze sind. Das andere Weibchen hatte so eine Art Gebärblase im Leib. Passen Sie auf, die sind womöglich lebend gebärend. Ihr glaubt nicht, wie glücklich ich bin. Es war furchtbar so allein. Das glaube ich Ihnen unbesehen. Ich freue mich, Mary. Ich freue mich. Och, Dad, lieber. Ja, also jedenfalls sind Sie wieder bei uns. Schön, Mary. Schön für uns alle. Danke, Doc. Sie, wie Sie sich mit Ihren Pfoten befummeln. Ich glaube, es geht gleich los. Ach, du lieber Himmel. Was ist denn das? Tatsächlich lauter Körbe. Ich habe gedacht, ihr macht Witze. Ja, ziemlich traurig, jetzt war es. Zwei, vier, ne? Na, wie viele sind denn das? 19. 19 Körbe. Wozu soll denn das gut sein? Damit sollte den Bierfessern gezeigt werden, dass wir intelligent sind. Findest du das intelligent? Ach so, ja, natürlich. Das war aber umsonst, weißt du? Offensichtlich. Sagen Sie das nicht. Da möchte ich aber hören, wieso. Miss Hart, warum, glauben Sie, hat man Sie wieder zu uns gebracht? Weil sie einsam war, ist doch klar. Ja, die merken, dass ich mich gerähmte und deshalb... Die merken ja nicht mal, dass wir Intelligenz haben, geschweige denn der Seele. Nein, überschätzen wir uns nicht. Die Körbe da sind schuld, dass sie wieder hier sind. Das verstehe ich nicht. Ist doch sonnenklar. Die sahen uns wie besessen Körbe flechten. Was nimmt man an, wenn ein Vogel Heu und Fee dann zusammensucht oder wenn eine Katze Stroh und Lumpen heranschleppt? Was? Oh. Tja, Beste, genau das. Machen wir es den Schwalben nach, bauen wir uns ein Nest. Das ist gemein. Das ist unglaublich gemein. Wellen bloß. Ich glaube, heute Abend wird nichts mehr aus der Paarung. Oder wir haben uns geirrt. Vielleicht war es gar keine Brunst. Komm. Oder es gibt morgen eine Überraschung. Sowas von einem zu denken. Und, Mary? Wäre das denn so schlimm? Als ob man ein Tier wäre. Nimm's doch leicht, Mary. Das ist so deprimierend. Ich hab genug für heute. Ich leg mir schlafen. Tu das, Mary. Hier, kannst du meine Ecke haben. Ja? Das ist lieb, danke. So, siehst du? Das sind noch ein paar Fahnenwedel für unten im Kopf. Fennet, Sie sollten sich hierher auf unserer Seite legen. Aber wieso denn? Ich will doch nur helfen, dass Miss Hart... Mir scheint es im Augenblick das Allerwichtigste, dass wir gerade das nicht tun, was unsere Zoo-Wärter erwarten. Vielleicht wundern Sie sich dann und fangen an nachzudenken. Was wollen Sie denn? Ich wollte doch nur... Schön, 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 schön. Sie wollten nur ritterlich sein. Aber kommen Sie. Hier ist der Platz. Gute Nacht, Miss Hart. Gute Nacht, Doc. Schön. Ja, gute Nacht. 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 Gute Nacht. Schlafen Sie alle gut. Mary. Mary. Was war? Was ist los? Ich weiß es nicht. Etwas Kleines mit scharfen Krallen. Es ist über mich weggebrochen. Ach so. Das war nur Joe. Joe. Was ist das? Ich weiß nicht genau, was er oder sie ist. Ich glaube, bestimmt ist es ein Er. Wer ist das, Joe? Joe, das ist so etwas Ähnliches wie eine Maus. Wie? Na ja, obwohl er eigentlich nicht so aussieht. Er kommt irgendwo da aus einer Ritze. Am Boden. Und sucht Fresse. Sie versuchen ihn zu zählen. Ich will, dass er etwas dagegen tut. Sofort. Vergiftet ihn oder fangt ihn auf der Stelle. Ah, morgen. Ich will, dass er jetzt etwas tut. Gut. Brauchen wir eine Falbe. Janet, suchen Sie mal die zwei kleinsten Körper heraus. Müssen aber aufeinander passen. Muss das unbedingt jetzt sein? Die Dame will es so. Ja, sie will es. Na gut. Diese zwei Körbel, die passen aufeinander. Das soll Joe dann eben rein. Joe fangen. So was. Bist du Frieden, Mary? Mary? Na also. Schön ruhig bleiben, Joe. Riecht dich nicht auf, Joe. Morgen braucht ihr ein Bess am Käfig. Sehen Sie, Miss Hart, da kommt er nicht raus, wenn Sie wirklich Angst vor ihm haben. Ich mag das viel nicht. Ach wirklich, Mary, er tut keinem Menschen was. Wir haben uns so an ihn gewöhnt. Schrecklich. Ich garantiere, der Käfig hält. Jetzt pass mal auf, Mary. Joe. 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 So. So, siehst du, er macht Männchen. Na ja. Joe. Hopp. Hopp, Joe. Sehen Sie, Mary? Gut so, Joe. Gut so. Joe. Mach mal vor. Wie macht der Herr Kapitän? Na, Joe? Wie macht der Herr Kapitän? Siehst du, Mary, ist doch nett. Ist doch richtig goldig, das kleine Ding. Ja, wie ein drolliger, bunter Ball. Ich glaube, du hast Chancen, Joe. Hat er schon Futter bekommen? Futter? Nee. Na, gib mir was. Hey, ich will ihn füttern. Doc, wohin haben Sie denn den Korb? Ah ja, der. Ja, Miss Hart. Danke. Na, komm. Komm. Ist denn niedlich. Die Wärter. Sollten wir nicht besser aufstehen? Was macht denn das für einen Eindruck, wenn hier vier erwachsene Menschen auf dem Bauch liegen, um ein kleines Tier im Tier sicherzustellen? Ach, lassen Sie die doch denken, was Sie wollen. Für die sind wir doch nur spielende Viehzahlen. Ja, für dich. Dich meine ich. Bullion Auge. Das ist doch nicht so dämlich. Weißt du, was du mich kannst? Ich sehe dir das an. Interessant. Allerdings. Da rücken Sie wieder an, die Bierfässer. Vier Mann hoch. Was meinst du dazu, Joe? Sau komisch. Hawkins. Ich fürchte das in Ernst. Sehen Sie das nicht? Verdammt, das wäre ein schlechter Spaß. Was tun wir? Was wollen wir denn tun? Sitzen bleiben. Was sonst? Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Es ist zum Verrücktwerden. Los, drück dich in die Käfigecken. Ich bleibe hier. Vermutlich haben Sie an einem genug... Kommt gar nicht in Frage. Zum Donnerwetter, Doc. Tun Sie mir den Gefallen. Was hat es mit... Festhalten, Hawkins! Hawkins? Schrecklos, Doc. Lasst euch gut gehen, alle. Hawkins! Leben Sie wohl! Schrecklich. Ja. Sind Sie fort? Ja. Und Hawkins? Tja, Mary. Hawkins. Joe! Sie haben Joe auch mitgenommen. Samt dem Käfig. So auch, Joe. Habt ihr Hawkins Augen gesehen? Die werde ich nie mehr vergessen können. Schon ein ganzer Tag, seit Hawkins... Hoffnungslos. Ich fürchte, er ist den gleichen Weg gegangen, wie die beiden anderen. Sie werden ihn ausstopfen. Und in irgendein Museum stellen. Nein. Das können Sie doch nicht tun. Oh ja, das können Sie. Tiere schlachtet man, Tiere seziert man, Tiere verarbeitet man, Tiere stopft man aus. Achtung! Sie kommen wieder! Nein! Alles in Ordnung. Kommt heraus! Was? Hawkins? Hawkins? Sind Sie das, Hawkins? Wartet, ich stelle erst mal den Regen ab. Ja, ich verstehe nicht. Ja, wieso denn? Hawkins? Sie? Sie dürfen frei herumlaufen. Ich werde verrückt. Ja, kommt heraus. Unsere Gastgeber haben kapiert. Zurzeit basteln Sie an einem Apparat zur Verstärkung unserer Gehirnströme. Die Verständigung wird klappen. Dann können wir Ihnen beibringen, wie wir leben wollen. Und dann, sobald Sie ein Raumschiff startbereit haben, holen wir die anderen Überlebenden an. Halt, halt, halt. Hawkins, nicht so schnell. Was ist denn auf einmal los? Woher haben Sie denn gemerkt, dass wir... Joe hat uns gerettet. Joe? Jetzt verstehe ich kein Wort mehr. Joe ist Käfig. Wisst ihr, was die sagen? Andere Liebewesen in einen Käfig sperren ist ein Beweis für Intelligenz und logisches Denken. Ach, immerhin, ich kann Sie beinahe verstehen. Wenn man sich vorstellt, wie Sie uns auf dem verregneten Planeten angetroffen haben. Das war der Intelligenztest von Walter Knaus nach einer Kurzgeschichte von Bertram Chandler. Unter der Regie von Andreas Weber-Schäfer sprachen in dieser Produktion des Süddeutschen Rundfunksstudio Heidelberg den Kapitän Walter Prüssing. Dr. Boyle war Alf Tamin, Hawkins wurde von Günter Strack gesprochen. Fennett und Clemens waren Ulrich Hass und Axel Radler. Mary Hart war Ilona Wiedem, Patricia Taylor Musawetki. Und Jenkinson wurde von Günter Witte gesprochen. Sie hat angefasst. Ach, das interessiert uns doch nicht. Sie sollen jetzt so... Was sollen Sie eigentlich? Halten Sie endlich den Mund, alle beide. Tja, Herrschaften, schön sehen wir aus. Soll das so weitergehen, Mord und Totschlag? Fennett, sausen Sie los. In einer Stunde Vollversammlung vor meiner Hütte und ich bitte mir aus, dass niemand fehlt. Freunde, das ist eine Sache von Überleben oder Untergang. Entweder wir können so weitermachen und uns allmählich selbst ausrotten. Oder wir können eine Form finden, um die anscheinend unvermeidbaren Rivalitäten geordnet auszutragen. Das allein wäre menschenwürdig. Was aber tun wir? Wir fallen erschreckend schnell ins Tierreich zurück. Womit ich nebenbei gesagt den Tieren Unrecht tue. Denn die haben ja ihre Regeln und Gesetze. Ganze von uns plagen, dass wir keine Kleidung mehr haben, kein Werkzeug, kein Licht, kein Feuer. Und sie sagen, das Entmenschliche uns mag sein. Aber vielmehr entmenschlicht uns diese neue Barbarei, die sich unter uns ausbreitet. Wir werden Nachkommen haben und denen schulden wir eine menschliche Welt. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir das anfangen sollen. Gewiss, wir werden Ihnen die Sprache übermitteln. Lassen wir die Sprache erst einmal aus dem Spiel, Doktor. Reden wir darüber, ob wir überhaupt Nachkommen haben werden. Es sind 53 Menschen hier, darunter 10 Ehefahre, die können wir beiseite lassen. Bleiben 33 Menschen, von denen sind 20 Männer. 20 Männer für 13 Frauen. Die Frauen sind zwar nicht mehr alle jung, aber keine ist zu alt, um Kinder zu bekommen. Was für ein System der Paarbildung haben Sie sich vorgestellt? Monogamie? Vielmännerei? Natürlich Monogamie. Monogamie. Ich muss Sie warnen. Wenn wir uns darauf einigen, gibt es sicher Ärger. Und bei jedem Mord, der aus Leidenschaft und Eifersucht begangen wird, ist die Frau genauso bedroht wie die beiden Männer. Ja, aber worauf wollen Sie hinaus, Miss Hart? Ganz einfach, Doktor. Lassen wir die Liebe völlig aus dem Spiel. Wenn zwei Männer ein und dieselbe Frau heiraten möchten, dann müssen sie das unter sich durch Zweikampf ausmachen. Der beste Mann bekommt immer das Mädchen und behält es. Ja, natürliche Auslese. Die Regel des Tierreiches. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht in unserer Lage, darüber sollten wir abstimmen. Wer ist dafür? Ja, 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 alles. Ich kann mich nicht rühren. Ich will nicht, ich will nicht. Bleibt alle zurück. Verteilt euch, ihr könnt uns nicht retten. Hilfe! Die haben uns. Was wirkt jetzt? Was wirkt denn jetzt? Stehen Sie gerne an der Luftpost. Wie lange fahren wir schon in diesem Ding? Keine Ahnung. Man müsste wissen, wie lange Sie uns unter Narkose gehalten haben. Nach der Hubschrauberlandung. Eine Unverschämtheit. Uns einfach in Täfige zu stecken wie die Viecher. Wieso kümmert sich keiner um uns? Ach, was wollen Sie? Wir haben zu trinken, wir haben Streu, wir haben Essen. Diese Scheißpilze von unserem Planeten, auf die könnte ich verzichten. Mensch, mal wieder ein richtiges Steak. Ach. Der kam aber von Herzen. Sagt Ihnen das was, Harkins? Was sagt mir was? Das Geräusch des Antriebs. Mir scheint, das klingt nicht viel anders als unser Polarstern. Ja, denke ich schon die ganze Zeit. Sicher? Typischer Klang der Herzenroth-Generator. Überhaupt, wenn ich mir alles überlege, der Hubschrauber, der Schiffsantrieb, die Metallwand da, das Gitter, die Lampen, die Essnäpfe, das Ding ist kaum fortschrittlicher als unsere eigenen interstellaren Schiffe. Was schließen Sie daraus? Gleiche Zivilisationsstufe. Also müsste eine Verständigung möglich sein. Tja, wollen wir es hoffen. Was meinen Sie, machen die mit uns? Was werden sie machen? Bringen uns zu ihrer Welt, nehme ich an. Ich habe Angst. Ob das Menschen sind? Attraktive Männer womöglich, was, Mary? Es wäre doch völlig unlogisch anzunehmen, dass Vernunft nur in menschenartigen Geschöpfen existieren kann. Schließlich ist es doch ein reiner Zufall der Evolution, dass auf der Erde ausgerechnet ein Affe Intelligenz entwickelt hat. Nein, 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 wir müssen uns auf allerhand Überraschungen gefasst machen, glaube ich. Intelligenz ist Intelligenz. Die werden uns verhören und dann ist es ihnen klar, was wir sind. Dann werden sie sagen, sorry, Irrtum, trinken Sie einen Schnaps mit uns. Klarer Fall. Ihren Optimismus möchte ich haben. Na ja, natürlich werden Sie uns nicht sofort verstehen können. Das kann Schwierigkeiten geben. Ich meine, Übersetzungsschwierigkeiten. Wir müssen einen Sprecher wählen. Ja, natürlich. Sehr ehrenvoll. Danke, nur zu welcher Sprache raten Sie mir? Esperanto oder Lateinisch? Hindustanisch? Verdammt. Tja, wissen Sie denn, ob diese Wesen überhaupt eine Sprache kennen? Es könnte ja sein, dass sie sich telepathisch verständigen. Still, da kommt was. Seht euch. Verdammt, ausgerutscht. Halt! Halt! Er ist ausgerutscht. Ich protestiere. Clemens, hören Sie auf, das ist nicht erlaubt. Halten Sie sich nur raus, Doktor. Clemens, die Finger von seinen Augen. Zurück. Zurück. Der Hubschrauber. Das ist ein Hubschrauber. Die retten uns. Die retten uns. Hallo. Hallo. Weg von da weg. Der ist nicht von der Erde. Flieh, da sind Fremde. Zurück. Die werden ein Netz. Verdammt, was ist das? Was sollen die? Das lebt ja. Das Netz lebt. Das lebt. Ich kann mich nicht rühren. Ich will nicht. Ich will nicht. Nein. Bleibt alle zurück. Verteilt euch. Ihr könnt uns nicht retten. Hilfe. Die haben uns. Was wird jetzt? Was wird denn jetzt? Stehen Sie gerne. Ab der Luftpost. Wie lange fahren wir schon in diesem Ding? Keine Ahnung. Man müsste wissen, wie lange Sie uns unter Narkose gehalten haben. Nach der Hubschrauberlandung. Eine Unverschämtheit. Uns einfach in Käfige zu stecken wie die Viecher. Wieso kümmert sich keiner um uns? Ach, was wollen Sie? Wir haben zu trinken. Wir haben Streu. Wir haben Essen. Diese Scheißpilze von unserem Planeten. Auf die könnte ich verzichten. Mensch, mal wieder ein richtiges Steak. Der kam aber von Herzen. Sagt Ihnen das was, Harkins? Was sagt mir was? Das Geräusch des Antriebs. Mir scheint, das klingt nicht viel anders als unser Polarstern. Ja, denke ich schon die ganze Zeit. Ich ja? Typischer Klang der Herdenroth-Generatoren. Überhaupt. Wenn ich mir alles überlege, der Hubschrauber, der Schiffsantrieb, die Metallwand da, das Gitter, die Lampen, die S-Näpfe, das Ding ist kaum fortschrittlicher als unsere eigenen interstellaren Schiffe. Was schließen Sie daraus? Gleiche Zivilisationsstufe. Also müsste eine Verständigung möglich sein. Tja, wollen wir es hoffen. Was meinen Sie, machen die mit uns? Was werden sie machen? Bringen uns zu ihrer Welt, nehme ich an. Ich habe Angst. Ob das Menschen sind? Attraktive 219 nutzlose Körbe hier rumstehen, aber zu hoffen gibt es doch nichts mehr. Ja, verflucht, Sie haben recht. Hier leider. Kommt Jo. Kommt Jo. Kommt zu mir. Jo, so. Hier, komm. Wieder kommt zu mir. Kommt, Sieger. Jo, du stinkender Verräter. So. So, kannst Sie loslassen. Los, Party. Das ist hart. Mary. Ja, da bin ich wieder. Ach, endlich. Ja, wieso? Das verstehe ich nicht. Ob Sie Eier legen? Glaube ich nicht. Keine Ahnung. Auf einmal wackelten Sie ganz aufgeregt auf meinen Käfig zu und warfen ihr Netz. Versuchte mich festzukreien, aber ihr wisst ja, wie diese Netze sind. Das andere Weibchen hatte so eine Art Gebärblase im Leib. Passen Sie auf, die sind womöglich lebend gebärend. Ihr glaubt nicht, wie glücklich ich bin. Es war furchtbar so allein. Das glaube ich Ihnen unbesehen. Ich freue mich, Mary. Ich freue mich. Och, Dad, lieber. Ja, also jedenfalls sind Sie wieder bei uns. Schön, Mary. Schön für uns alle. Danke, Doc. Sie, 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 mit Ihren Pfoten befummeln. Ich glaube, es geht gleich los. Ach, du lieber Himmel. Was ist denn das? Tatsächlich lauter Körbe. Ich habe gedacht, ihr macht Witze. Ja, ziemlich traurig, wie es war es. Zwei, vier, ne? Na, wie viele sind denn das? Neunzehn. Neunzehn Körbe. Wozu soll denn das gut sein? Damit sollte den Bierfessern gezeigt werden, dass wir intelligent sind. Findest du das intelligent? Ach so, ja, natürlich. War aber umsonst, weißt du? Offensichtlich. Sagen Sie das nicht. Da möchte ich aber hören, wieso. Miss Hart, warum, glauben Sie, hat man Sie wieder zu uns gebracht? Weil sie einsam war, ist doch klar. Ja, die merken, dass ich mich gerähmte und deshalb... Die merken ja nicht mal, dass wir Intelligenz haben, geschweige denn der Seele. Nein, überschätzen wir uns nicht. Die Körbe da sind schuld, dass sie wieder hier sind. Das verstehe ich nicht. Ist doch sonnenklar. Die sahen uns wie besessen Körbe flechten. Was nimmt man an, wenn ein Vogel Heu und Fee dann zusammensucht oder wenn eine Katze Stroh und Lumpen heranschleppt? Was? Tja, Beste, genau das. Machen wir es den Schwalben nach, bauen wir uns ein Nest. Das ist gemein. Das ist unglaublich gemein. Wellen bloß. Ich glaube, heute Abend wird nichts mehr aus der Erfahrung. Oder wir haben uns geirrt. Vielleicht war es gar keine Brunst. Komm. Oder es gibt morgen eine Überraschung. Sowas von einem zu denken. Und, Mary? Wäre das denn so schlimm? Was, ob man ein Tier wäre. Nimm es doch leicht, Mary. Das ist so deprimierend. Ich habe genug für heute. Ich lege mir schlafen. Tu das, Mary. Hier, kannst du meine Ecke haben. Ja? Das ist lieb, danke. So, siehst du? Das sind noch ein paar Fahnenwedel für unten im Kopf. Fennet, Sie sollten sich hierher auf unserer Seite legen. Aber wieso denn? Ich will doch nur helfen, dass Miss Hart... Mir scheint es im Augenblick das Allerwichtigste, dass wir gerade das nicht tun, was unsere Zuwärter erwarten. Vielleicht wundern Sie sich dann und fangen an nachzudenken. Was wollen Sie denn? Ich wollte doch... Schön, 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 schön. Sie wollten nur ritterlich sein. Aber kommen Sie... ...bei einer solchen Begegnung möglichst unmissverständlich und deutlich zu verstehen gibt, dass man über Intelligenz verfügt. Aber wie soll man das bewerkstelligen, wenn einem die Sprache dafür nicht zur Verfügung steht? Das ist das Thema dieses Hörspiels, das wir vom Süddeutschen Rundfunk übernehmen. Eine Produktion aus dem Jahr 1970. Eine Raumrakete muss auf einem unbekannten Planeten Not landen. Es ist ein sehr warmer Planet, auf dem es ständig regnet. Und dann geschieht es, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, dass fremde Wesen von einem weiteren Planeten die Menschen gefangen nehmen und in einen Zoo stecken. Einen Zoo, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Soll man den fremden Wesen den Pythagoras-Satz hinlegen? Soll man durch Körbeflechten zeigen, dass man über handwerkliches Können und Intelligenz verfügt? Alles hilft nichts. Die Menschen in den Käfigen wollen beweisen, dass sie denkende Wesen und keine Tiere sind. Aber offenbar wählen sie dazu die falschen Mittel, bis eine kleine, nichtssagende Begebenheit dem Geschehen eine überraschende Wendung gibt. Hier also der Intelligenztest von Walter Knaus nach einer Kurzgeschichte von Bertram Chandler. Regie führt Andreas Weber-Schäfer. Was soll das verdammt nochmal? Was ist denn? Zum Donnerwende, wissen Sie, was das soll? Keine Ahnung. Was ist denn das für ein Idiot? Beruht, dass was gegen Klingeln lässt? Ruhe, meine Herrschaften, kein Grund zur Aufregung. Sagen Sie? Wenn Sie keinen Unsinn machen, wir sind erwachsen Menschen. Alarm, das ist Alarm! Doch, kein Alarm, da sollen Sie erst mal erleben, was Alarm ist. Alarm, Hilfe, Alarm! Was ist denn? Nur die Ruhe. Wir werden hier. Was? Was sagen Sie? Lasst Sie mich durch! Alarm! 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 Verschleute! Immer, immer, Boah, was ist denn? Alarm, Alarm! Wir sind das hier. Achtung, Achtung, Kapitän an alle! Kapitän an alle! Mannschaften und Passagiere des Raumschips Polarstern versammeln sich in 10 Minuten. Das ist 16 Uhr galaktischer Zeit. In der Offiziersmesse auf Deck 10. Folgen Sie den roten Leitstreifen. Ich wiederhole, 16 Uhr galaktischer Zeit. Offiziersmesse wegziehen. Roter Leitstreifen. Die bringen uns alle um. Das glaube ich nicht. Jetzt wissen Sie, was Sie wissen wollten. Und wir sind doch seltene Ausstellungsstücke. Die machen doch nicht einfach alle kaputt. Das Problem wäre, diese Wesen, wie Sie sie nennen, Hawkins, davon zu überzeugen, dass wir intelligente Wesen sind wie Sie. Naja, wie würden Sie ein rational denkendes Wesen definieren? Woran würden Sie es erkennen? Hm. Jemand, der den Leersatz des Petagoras kennt zum Beispiel. Der ist für mich ein intelligentes Wesen. Na, dann sagen Sie mal den beiden da vorne Ihren Leersatz auf. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Aha. Gesichtigung der Raubtiere. Sieh mal an. Groß ist so ein kleines Bierfass aus blauem Gummi mit Fransen. Sechs Arme. Oder nennt man das Tentakel? Womöglich Vater und Sohn. Guck nicht so blöd, Monster! Interessant, was es für ungeheuer im All gibt. Weißt du, was du für Augen hast, du Scheuersaal? Wie Tassen mit trüber Hühnerbrühe. Bullionauge. Hässlich. Ich mag gar nicht hinsehen. Wenn wir wenigstens so ähnlich aussehen wie wir, dann könnten wir etwas unternehmen, damit Sie merken, dass wir auch. Aber Sie sehen uns nicht ähnlich. Und wir? Wäre die Situation umgekehrt? Wir würden auch nicht auf die Vermutung kommen, dass zwei sechsbeinige Riesenbierfässer Vater und Sohn sind. Versuch's doch mal mit dem Pythagoras. Naja, hilft nix, schadet nix. Aber wie? In die Farbenblätter. Gut, das könnte gehen. Wie mal, da reißt du das Blätter ab? Fristest du die? Oder ob es ein Nest baut? So. Passt auf, ihr Kryptos. Das. Und das hier. Und das. Das ist ein Dreieck. Dreieck. Dreieck, blöde Hunde. Das, das ist die Hypotenuse. Das ist die eine Kathete. Und das hier, das ist die andere Kathete. Geht los damit. Und das ist das Quadrat über der Hypotenuse. Begreifst du das? Du Idiot. Und das, das ist das zweite Quadrat. Und das... Komm. Die sind langweilig. Da drüben ist noch eins. Das wird das Weibchen sein. Pfff. Und was jetzt? Mit Pythagoras ist es anscheinend essig. Mist. Keine Reaktion. Nicht die geringste Äußerung. Nein, es war nichts zu hören. Die können nicht reden. Das müssen Telepaten sein. Wie sollen wir uns da verständlich machen? Hä? Hä? Ich habe mal irgendwo was gelesen, dass der Mensch das feuermachende Tier ist. Das werkzeugbenutzende Tier. Ja, dann machen Sie doch Feuer. Dann machen Sie sich Werkzeuge und benutzen Sie sie. Eine Verpflegung. Und ein Dach über dem Kopf. Ich habe nicht meine Zahnbürste mit. Ach, was Zahnbürste? Streichhölzer. Das wäre es, was wir brauchen. Tja, was wollen Sie denn kochen, Mensch? Ach, ich glaube, dass mal aufhört zu regnen. Dr. Bollmann, nein. Das sei so eine Art Klima, wie bei uns zur Steinkohlenzeit. Keine Jahreszeiten. Ewiger Sommer mit Dauerregen. Mahlzeit. Da sollen wir wohl nasse Briketts fressen. Verflucht, ich habe Hunger. Meinen Sie, wir nicht? Übrigens, morgen früh ist eine Ratsversammlung. Ratsversammlung? Was für ein Rat? Vielmehr eine Generalversammlung aller Geretteten. Die wollen einen Rat wählen, der die Leitung der Kolonie übernimmt. Kolonie ist gut. Sagen Sie mal, was fressen Sie da dauernd? Da. An den Farnbäumen, überall. Die dicken braunen Pilze schminken ganz gut. Meinen Sie, die sind wirklich essbar? Das wäre nicht schlecht. Probieren Sie doch. Halt, Vorsicht, Miss Hart. Warten Sie erst, ab ob der junge Naturforscher morgen noch lebt. Wäre ja immerhin denkbar, dass es ihn zerreißt. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und nehme die Wahl zum Ratsvorsitzenden an. Inzwischen ist ja auch unsere größte Sorge behoben. Unser Kadett Zennet hat durch seinen Mut... Durch seinen Leichtsinn. Na ja, durch seinen mutigen Leichtsinn bewiesen, dass wir hier nicht zu verhungern brauchen. Diese Pilze sind essbar, saftig, wohlschmeckend sogar und allem Anschein nach auch nahhaft. Der ewige Regen ist lästig, auch die Hitze. Aber ich glaube, dass es hier warm ist, ist unsere Chance. Ich möchte Mr. Hawkins etwas fragen. Ja, bitte, bitte. Wie stehen unsere Chancen, dass man uns endlich findet und rettet? Mr. Hawkins, bitte beantworten Sie Miss Taylors Frage, wenn möglich. Ja. Unsere Chancen dafür sind leider sehr gering. Das lässt sich nicht leugnen. Wie Sie gehört haben werden, ist während der interstellaren Fahrt keine Verständigung mit anderen Schiffen oder Planetenstationen möglich. Als wir die Fahrt stoppten und zur Landung ansetzten, sandten wir einen Notruf aus. Aber wir konnten nicht sagen, wo wir uns befanden. Außerdem wissen wir nicht einmal, ob der Ruf aufgefangen wurde. Na ja, natürlich ist es nicht so. Wir hätten hier nach der Landung einen starken Notsender bauen müssen. Aber nach der Explosion? Machen wir uns also nichts vor. Eine Rettung von der Erde aus wäre rein an Zufall. Ja, danke, Mr. Hawkins. Bitte, Sie haben es alle gehört. Wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass dieser Planet hier unsere Heimat werden wird. Das ist doch nicht Ihr Ernst, Doc. Ich protestiere. Das ist mein völliger Ernst, Miss Taylor. Und Sie, Mr. Clemens, müssen Ihren Protest an höherer Stelle vorbringen. Der Rat... Da rücken Sie wieder an, die Bierfässer. Vier Mann hoch. Was meinst du dazu, Joe? Sau komisch. Hawkins, ich suche dir das in Ernst. Sehen Sie das nett? Verdammt, das wäre ein schlechter Spaß. Was tun wir? Was wollen wir denn tun? Sitzen bleiben, was sonst? Sitzen bleiben, sitzen bleiben. Och, es ist zum Verrücktwerden. Los, drückt euch in die Käfigecken. Ich bleib hier. Vermutlich haben Sie an einem genug... Kommt gar nicht in Frage. Zum Donnerwetter, Doc. Tun Sie mir den Gefallen. Was hat es mit... Festhalten, Hawkins! Hawkins! Schrecklos, Doc! Lasst euch gut gehen, alle! Hawkins! Leben Sie wohl! Schrecklich. Ja. Sind Sie fort? Ja. Und Hawkins? Tja, Mary. Hawkins. Joe! Sie haben Joe auch mitgenommen. Samt dem Käfig. Joe auch, Joe. Habt ihr Hawkins Augen gesehen? Die werde ich nie mehr vergessen können. Schon ein ganzer Tag, seit Hawkins... Hoffnungslos. Ich fürchte, er ist den gleichen Weg gegangen, wie die beiden anderen. Sie werden ihn ausstopfen. Und in irgendein Museum stellen. Nein. Das können Sie doch nicht tun. Oh ja, das können Sie. Tiere schlachtet man, Tiere seziert man, Man Tiere verarbeitet man, Tiere stopft man aus. Achtung! Sie kommen wieder! Nein! Alles in Ordnung, kommt heraus! Was? Hawkins? Hawkins? Sind Sie das, Hawkins? Wartet, ich stelle erst mal den Regen ab. Ja, ich verstehe nicht... Ja, wieso denn? Hawkins? Sie? Sie, Sie sind frei herumlaufen? Ich werde verrückt. Ja, kommt heraus. Unsere Gastgeber haben kapiert. Zurzeit basteln Sie an einem Apparat zur Verstärkung unserer Gehirnströme. Die Verständigung wird klappen. Dann können wir Ihnen beibringen, wie wir leben wollen. Und dann, sobald Sie ein Raumschiff startbereit haben, holen wir die anderen Überlebenden ab. Halt, 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 Hawkins, nicht so schnell. Was ist denn auf einmal los? Woher haben Sie denn gemerkt, dass wir... Joe hat uns gerettet. Joe? Jetzt verstehe ich kein Wort mehr. Joe's Käfig. Wisst ihr, was die sagen? Andere Liebewesen in einen Käfig sperren ist ein Beweis für Intelligenz und logisches Denken. Ach, immerhin, ich kann Sie beinahe verstehen. Wenn man sich vorstellt, wie Sie uns auf dem verregneten Planeten angetroffen haben. Er ist es, der uns allem Trennenden und aller Fremdheit zum Trotz zu Brüdern macht. Komm, blöde Viecher, langweil mich. Gehen Sie nicht, gehen Sie doch nicht, hören Sie doch, hören Sie doch, hören Sie doch, wir, wir denken, ja, wir, wir denken, wir sind Menschen. Ja, das, das kann doch nicht sein, das, 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 das kann doch nicht sein. Fehlanzeige. Aber wie ist das möglich? Die wissen offenbar nicht, wie man Gäste behandelt. Das werde ich denen schon beibringen. Ein Mensch ist schließlich kein Vieh. Bestien sind das. Bestien. Die legen wir rein, da bin ich ganz sicher. Lass uns erst mal auf denen in Ihrem Planeten landen. Ehrenwort, die legen wir rein. Eine Hitze in dem Glaskasten. Und diese Regen. Dabei ist draußen das schönste Wetter und die machen uns hier künstlichen Regen. Vielleicht, weil Sie annehmen, wir brauchen das. Schließlich war so das Klima auf dem Planeten, wo Sie uns gefangen haben. Aber das war doch nicht unser Planet. Woher sollen die das wissen? Stimmt. Mist, Planet Verfluchter. Ich hätte ja gern was davon gesehen auf dem Transport hierher. Und von der Stadt. Warum zeigen die uns nichts? Würden Sie Ihrem Hund Italien zeigen? Oder denken Sie, dass ein Zoodirektor seine Löwen durch die Stadt spazieren führt? Sie haben recht, Doc. Das hier ist ein Zoo, lauter Käfige. Da drüben das Biest sieht aus wie eine Art Hummer. Und dort vorn die wolligen blauen Kugeln... Wir haben es besser. Wir sind wenigstens nicht in Einzelkäfige gesperrt. Das ist für Sie wohl das Schlimmste, Miss Hart. Aber für Sie nicht, meine Herren. Drum. Wie drum? Die halten uns getrennt, weil sie noch nicht wissen, wer Männchen und wer Weibchen ist. Na, hören Sie. Finden Sie, das liegt so fern? Na, ich bin jedenfalls kein Männchen. Das sehen wir, Miss Hart. Aber die müssen es vermutlich erst genau untersuchen. Und das kann ernst werden. Nein. Ich lasse mich nicht von denen anfassen. Das sind doch Monster. Hoffentlich irre ich mich. Lena. Gut. Nein. Nein. Weg mit dem. Das können Sie doch nicht. Stopp. Wenn. Oh, den helfen Sie doch. Au, au. Lähme mich. Hilfe. Hilfe. Doch. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht. Ich kann mich nicht. Ich kann mich nicht. Hilfe. Nein. Den da, der ist auch reich. Ich höre dich auch. Ja, gut. Ich fürchte, wir sehen Sie nicht wieder. Hallo. Hallo, hört ihr mich? Ja, Miss Hart, wir hören. Was ist mit den beiden? Wissen wir nicht. Ob wir denen was getan haben? Ausgeschlossen. Glauben wir nicht. Glaubt ihr... Probieren Sie doch. Halt, Vorsicht, Miss Hart. Warten Sie erst, ab ob der junge Naturforscher morgen noch lebt. Wäre ja immerhin denkbar, dass es ihn zerreißt. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und nehme die Wahl zum Ratsvorsitzenden an. Äh, inzwischen ist ja auch unsere größte Sorge behoben, unser Kadett Fernet hat durch seinen Mut... Durch seinen Leichtsinn. Ja, durch seinen mutigen Leichtsinn bewiesen, dass wir hier nicht zu verhungern brauchen. Diese Pilze sind essbar, saftig, wohlschmeckend sogar und allem Anschein nach auch nahrhaft. Der ewige Regen ist lästig, auch die Hitze, aber ich glaube, dass es hier warm ist, ist unsere Chance. Ich möchte Mr. Hawkins etwas fragen. Äh, ja, bitte, bitte. Wie stehen unsere Chancen, dass man uns endlich findet und rettet? Äh, Mr. Hawkins, bitte beantworten Sie Miss Taylors Frage, äh, wenn möglich. Ja. Unsere Chancen dafür sind leider sehr gering. Das lässt sich nicht leugnen. Wie Sie gehört haben werden, ist während der interstellaren Fahrt keine Verständigung mit anderen Schiffen oder Planetenstationen möglich. Als wir die Fahrt stoppten und zur Landung ansetzten, sandten wir einen Notruf aus. Aber wir konnten nicht sagen, wo wir uns befanden. Außerdem wissen wir nicht einmal, ob der Ruf aufgefangen wurde. Naja, natürlich ist es nicht so. Wir hätten hier nach der Landung einen starken Notsender bauen müssen. Aber nach der Explosion? Machen wir uns also nichts vor. Eine Rettung von der Erde aus wäre reiner Zufall. Ja, danke. Bitte, Mr. Hawkins. Bitte, Sie haben es alle gehört. Wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass dieser Planet hier unsere Heimat werden wird. Das ist doch nicht Ihr Ernst, Doc. Ich protestiere. Das ist mein völliger Ernst, Miss Taylor. Und Sie, Mr. Clemens, müssen Ihren Protest an höherer Stelle vorbringen. Der Rat ist dafür nicht zuständig. Schöne Schweinerei. Wir dürfen uns nicht selbst aufgeben, meine Damen und Herren. Wir sind über 50 Menschen. Bei richtiger Organisation und einiger Findigkeit sollte es uns doch möglich sein, hier zu überleben. Als Nahrung haben wir fürs Erste diese Pilze. Und unter den Fahnen habe ich einige Bierenstäuze entdeckt. Wir werden sie prüfen. Es muss auch essbare Wurzeln geben. Danach müssen wir suchen. Drüben am Fluss habe ich Fische gesehen. Große und kleine. Jetzt muss uns nur noch ein Pelz wachsen. Nackt sind wir schon. Sogar das Lederzeug hat kaum ein halbes Jahr durchgehalten. Ach, das alles fault und schimmelt einfach so weg in dem Klima. Schön sehen wir aus. Ja, das ist der Rest. Umso besser, Marie. Weg mit der Briefmeike. Ihnen steht das. Lassen Sie mir in Ruhe. Was? Was war das?